Hi, ich grüße dich, Daniel hier von der 7 Wochen Challenge und in diesem Video möchte ich wieder gemeinsam mit dir trainieren. Ich möchte mit dir gemeinsam ein Po-Workout machen, das du einfach direkt nachmachen kannst. Du brauchst dafür kein Fitnessstudio, du brauchst lediglich nur 5 Minuten Zeit. Das ist das kurze, knackige Workout wieder und ja, ich habe mir hier in meiner Wohnung ein bisschen freien Raum gemacht. Das heißt, hier werde ich einfach dann trainieren. Du kannst es dann bei dir zu Hause machen, draußen in der freien Natur, egal wo du gerade bist und wo du Lust und Laune hast. Ja, gut, wir werden die einzelnen Übungen 30 Sekunden lang durchziehen. Dafür habe ich einen Stock vorgenommen, einfach mein Handy, dann drücke ich drauf und dann läuft dann einfach die 30 Sekunden, laufen dann einfach ab. Und ich würde sagen, du startest jetzt einfach mit mir gemeinsam. Gut, wir legen uns dafür auf den Bauch, wir curlen mehr oder weniger unsere Unterschenkel an und dann heben wir jeweils ein Bein und das andere Bein ab und drücken dann die Fußsohle mehr oder weniger zum Himmel, zur Decke hin. Und wir starten gemeinsam und zack, hoch und eins und runter wieder hoch, anspannen. Ganz wichtig ist, wenn du deinen Fuß, ja, deine Fußsohle zur Decke drückst, hier in dem Bereich, dass du wirklich dein Po anspannst dabei. Ja, schön anspannen hier. Merk die Muskulatur und wieder runter, hoch, anspannen und anspannen. Sehr gut. Und hoch und wechseln und noch einmal, zack und das war's. Sehr schön. Gut, die nächste Übung. Wir gehen in den Vierfüßlerstand, in diese Position, schön auf den Knien und auf deinen Händen abstützen, schön gerade bleiben mit dem Rücken. Wir strecken ein Bein nach hinten und wir versuchen jetzt das Bein nach oben zu kicken, gestreckt und hier auch, bam, schön deinen Po anspannen. Zack, jedes Mal anspannen. Aktiv. Sehr gut. Das machen wir natürlich gleich mit der anderen Seite auch noch. Schön hier halten, diese Position, wenn du magst, kannst du sogar ein bisschen kreisen, ja. Kreis nach außen, nach innen. So, und wieder zurück. Alles schön geführt. Okay, wechseln die Seite. Hoch, anspannen dein Po, zack, wieder runter. Anspannen, wieder runter. Anspannen, runter. Anspannen, sehr gut. Hier auch kreisen, wenn du magst. Super. Schön hier arbeiten. Sehr gut. Hoch, runter. Hoch, runter. Sehr schön. Po anspannen in dieser Position und wieder runterlassen. Sehr gut. Timer ist abgelaufen. Super. Nächste Übung. Dafür legen wir uns wieder auf den Rücken. Machen die Bridge, die Brücke. Einbeinig, aber okay. Gut. Runterlegen, hier hochdrücken in dieser Position. Einbein strecken in dieser Position halten. Und es geht los. 30 Sekunden. Hüfte hoch und runter. Zack. Auch hier, wenn du dich hochdrückst, den Po richtig anspannen. Das ist ein intensives Po-Workout. Deswegen immer von deinem Kopf her in deinem Po denken. Und anspannen. Sehr gut. Super. Zeit. 10 Sekunden. Und rausdrücken, halten. Und Po anspannen. Sehr gut. Anspannen. Super. Und wechseln. Letzten 30 Sekunden die andere Seite. Und zack. Und rausdrücken, halten, runter. Sehr gut. Wenn du magst, kannst du auch auf die Ferse gehen. Das intensiviert das ein bisschen. Schön auf die Ferse abstützen und hochdrücken. Bam. Ja? Ansonsten mit dem Fuß flach zu Boden und rausdrücken. Schön den Po anspannen. Sehr gut. Gut. Okay. Stopp. Einmal ist abgelaufen. Super. Nächste Übung. Ganz einfach. Wir gehen in die Seite. Ah. Hier wieder in diesen Stütz rein. Und was wir machen ist, dass wir unser Bein seitlich abheben in diese Position. Okay? In Kombination seitlich zurück nach hinten und seitlich zurück nach hinten. Okay? 30 Sekunden. Und start. Seitlich. Zack. Nach hinten. Seitlich. Nach hinten. Schön gerade bleiben. Auch mit deinem Rücken. Ja? Nach hinten. Seitlich. Und nach hinten. Zack. Und das kannst du ruhig ein bisschen schneller machen. Versuch aber wirklich die Bewegung rein zu bekommen. Dass du steuerst von deinem Oberschenkel. Ja? Nach hinten. Und hier auch. Und hier auch. Bum. Po anspannen. Zack. Hier Po anspannen. Zack. Und 30 Sekunden vorbei. Das gleiche mit der anderen Seite. Zack. Und seitlich. Und seitlich nach hinten. Seitlich bringen. Nach hinten. Und wieder seitlich hoch bringen. Sehr gut. Wenn du magst, kannst du dich sogar abstützen auf deinen Unterschenkel. Ja? Unterschenkel. Unterarm meine ich natürlich. Gut. Nach hinten. Super. Pause. Und dann kommen wir zur letzten Übung. Und da machen wir den Sumo Squat. Den machen wir dann auch 30 Sekunden lang. Dafür stellst du dich hin. Schön weit auseinander mit den Füßen. Weiter als schluterbreit. Die Fußspitzen neigen nach außen. Was du jetzt machst. Du gehst runter in den Sumo Squat. Die Knie verlaufen in die gleiche Richtung wie deine Fußspitzen. Okay? Schön runter. Wir halten unten. 30 Sekunden. In dieser Position halten. Schön hier unten halten. Dabei auch wirklich die Knie nach außen drücken. Ja? Ich zeige das mal von der Seite. Schön mit geradem Rücken. Knie nach außen drücken. Halten in dieser Position. Sehr gut. Einfach halten. Super. Wie viele Sekunden noch? Noch 5 Sekunden. Halten hier unten. Kämpfen. Kämpfen. Okay. Super. Das waren ganz einfache Übungen, die du zu Hause überall machen kannst. Und ich empfehle dir auf jeden Fall 2 bis 3 Runden davon. Versuch einfach erstmal. Mach einfach erstmal. Teste die Übungen. Und du wirst merken, die Muskulatur am Po wird angesteuert. Und die wird auch dementsprechend trainiert. Und ja, das war das Video. Das kurze, knackige Po-Workout zum Nachmachen. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten hinterlasse mir einfach mal einen Kommentar unter dem Video. Vielleicht wie viele Runden du geschafft hast. Ich würde mich echt darüber freuen. Und abonniere meinen Channel, weil ich jetzt noch weitere Videos posten werde, die dir dabei helfen, abzunehmen. Denn mein Ziel ist es, dich in Top-Form zu bekommen. Denn gemeinsam schaffen wir das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.